Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid, wechselt Manu Kone zum FC Bayern München, Borussia Sieg klar im Testspiel und Verletzungspech Weigel, Jordan und LW, die stehen auf der Kippe und leider auch einen unglücklichen Hannes Wolff, das gibt's heute zu besprechen und es ist kleiner Freitag, Leute. Da kann man immer ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da lassen, dann machen wir die 15.200 heute noch voll und jetzt starten wir rein und gestern ging die Lawine los, Christian Falk von der Wild hat's losgetreten und auf allen Plattformen wurzgestreut, Manu Kone hat wohl das Interesse von Bayern München geweckt, das Management von Kone soll wohl auch schon kontaktiert worden sein, Fakt ist, Manu Kone hat Vertrag bis 2026, die vereinseitige Option wurde bestätigt, Somit ist der Vertrag, ich glaube Schippers hat's auch schon mal gesagt, bis 2026 gültig, ja und da sind wir in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, Bayern, wir wissen's alle, wollte ein paar Linie haben, das hat sich dann vor der Saison zerschlagen, jetzt hat man die Fühler nach Manu Kone ausgestreckt, der gerade erst wieder fit geworden ist und ja, es soll als günstigere Alternative in Betracht gezogen werden, in der heutigen Zeit ist ja nichts mehr günstig und ich glaube auch bei Roland Wirkus wird den Hörer erst ab 40 Millionen abnehmen, weil im Endeffekt ist es der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft und er muss einfach über 40 Millionen bringen, das nützt alles nichts und ja, da sind wir in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, ich glaube im Winter wird das kein Thema sein für Borussia, den Spieler abzugeben, weil wir brauchen seine Qualitäten diese Saison, wir haben extrem guten Konkurrenzkampf gerade da im Mittelfeld, Mitreiz, Neuhaus, Kone, Weigl wird einer zwangsläufig auf der Bank setzen und das ist gar kein Thema, aus meiner Sicht zumindest nicht für, ja für diese Saison, wie gesagt, der Vertrag läuft bis 2026, wir haben da die Option und da mache ich mir gar keine Sorgen, grundsätzlich, ja, scheint die, scheint die News schon relativ seriös zu sein von Christian Feig, der eigentlich immer relativ gut informiert ist, Ja, aber in dieser Saison ist das für mich eigentlich kein Thema, grundsätzlich sollte man aber schon so ein bisschen Auge darauf werfen, wann die Verträge auslaufen, Co Itacura, da werden wir nicht drum rum kommen, wenn da sein Vertrag nicht verlängert wird, das ist eine ganz, ganz heiße Personalie im Sommer, Schippers hat es auch gesagt, wir müssen wieder Mut haben, Spieler zu verkaufen und es ist einfach der beste Zeitpunkt, Spieler zwei Jahre vor Vertragsende zu verkaufen, wenn du ein Jahr vor Vertragsende den Spieler verkaufst, ist es schon wieder schwierig, das haben wir oftmals, oftmals erlebt, mit Luca Netz, der jetzt in Fahrt kommt, sollte man sich vielleicht auch mal zusammensetzen, gucken, was da geht, Marvin Friedrich ist für mich auch im Winter eventuell ein Abgangskandidat, bei Rocco Reitz, der hat natürlich jetzt gerade seinen Vertrag verlängert, 2025, wie gesagt, haben wir noch Manu Cuné, aber da haben wir eine vereinseitige Option, genauso wie bei Alassane Plea, Plea ist der Vertrag wahrscheinlich ähnlich ausgestaltet, wie bei Jonas Hofmann, der wird wahrscheinlich auch noch im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel haben, Ja, wenn Plea eine sehr, sehr gute Saison spielt, wie gesagt, der hatte jetzt seine Höhen und Tiefen, definitiv, könnte das eventuell auch ein Thema sein, grundsätzlich ist es halt wichtig, dass wir große Ablösen generieren, um den Kader einfach dann auch weiter zu verstärken, sollte Manu Cuné gehen, musste den halt in der Breite deutlich verstärken, das war immer unsere Qualität und Roland Wirkus hat es gesagt, das ist alternativlos und alles, was Rollo sagt, ist Gesetz und jetzt kommen wir zum Testspiel gegen Truden, Wir haben einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, fand ich, also die ersten 20 Minuten gingen aufgrund technischer Probleme nicht, die konnte ich leider nicht sehen im Stream, aber dann hat man alles gesehen, ja, meine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Testspiel ist Ngunu, extrem stark, sehr, sehr stark im 1 gegen 1, der bringt halt diese Qualität mit dieses 1 gegen 1, finde ich, kann Ngunu schon am stärksten, da sehe ich ihn auch stärker als Honorar, So einen Spieler haben wir aktuell in der Startelf eigentlich nicht und ich glaube, dass du merkst, dass Ngunu halt aktuell sehr, sehr gut in Form ist und ich sehe ihn dann irgendwo doch schon in der Startelf, ob du in einem 3-4-3 im Derby spielst, mit einem Ngunu auf links, dann wird zwangsläufig ein zentraler Mittelfeldspieler raus müssen, Ob es Reiz ist, ob es Neuhaus ist, ob es Weigel ist, ob es Kone ist, bleibt abzuwarten, aber ich glaube, Ngunu muss im Derby einfach in die Startelf, der bringt viel Tempo mit, hat ein überragendes Tor geschossen und es ist sehr, sehr gut, dass wir viel, viel Konkurrenzkampf haben, nicht nur in der Zentralen, auch vorne drin, Schwanscherer kommt wieder, mit Schwanscherer und Jordan, Plea hast du da vorne, drei Leute, die spielen wollen, du hast mit Ngunu, Ngunu, Honorar, Netz, Hack, viele, viele Außenstürmer, Borges Sanchez, viel Qualität in der Innenverteidigung sowieso und da wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer sich im Derby durchsetzt, ich glaube, mit Ngunu, kriegst du halt eine Qualität in die erste Elf, die du so noch nicht hast, Flacco hat ein Tor gemacht, das dritte hat dann Hannes Wolf gemacht, wurde zumindest Hannes Wolf offiziell gezählt, also Flacco hat das beim 2-0 war es ein Torwartfehler, wo Flacco gut reingeht und den Ball dann reinschiebt, beim 3-0 war es eigentlich auch ein Abschluss von Flacco, wo Wolf seinen Fuß noch reinstellt, ja, unglücklich war dann halt das 3-1, das hatte, ja, also für die Leute, die das Tor jetzt nicht gesehen haben, Hannes Wolf, Eigentor, hat das so Chris-Kramer-Qualität, definitiv und ja, es ist halt, also ich bin keiner, der auf einen Mensch draufhaut, der einfach gerade schon eine schlechte Phase hat, die hat Hannes Wolf, stand noch nicht einmal im Kader, ist wahrscheinlich auch komplett verunsichert und da muss man auch auf den Mensch, glaube ich, Hannes Wolf schon gut achten und dass man da nicht draufhaut und da bin ich ganz, ganz weit von entfernt, das ist einfach eine unheimlich schwierige Situation, auch für ihn, glaube ich, persönlich und vielleicht sollte man dann überlegen im Winter, wenn man da keine Lösung findet mit einem Transfer, dass man den Vertrag auflöst, weil es macht für beide Seiten eigentlich keinen Sinn, glaube ich, persönlich und dass man da eine Lösung findet, also wie gesagt, menschlich tut mir das für Hannes Wolf auch irgendwo ein bisschen leid gerade, was da passiert, ne, jetzt hat er so ein Eigentor wieder gemacht, das wird jetzt auch wieder viral irgendwie gehen, ne, wird das verarbeitet, aber ich bin ganz, ganz weit weg, auf Hannes Wolf draufzuhauen, das ist einfach unglücklich und man sollte da, ja, glaube ich, eine Lösung finden und zudem haben wir einen ganz überraschenden Spieler gesehen, Jonathan Voss, der ging auch so ein bisschen unter in den Transfers im Sommer Entschuldigung, den haben wir von Brüggel geholt von der Nachwuchsabteilung von Brüggel und der hat jetzt zweimal in der Regionalliga gespielt, kam auch im Testspiel zum Einsatz heute in der zweiten Halbzeit, er hat in der zweiten Mannschaft sehr überzeugt, kam dann heute zum Einsatz, war auch aus meiner Sicht sehr, sehr stabil, wir haben da eine Kaufoption den Namen können wir uns vielleicht mal merken ähm, vielleicht holen wir ihn, wie gesagt wir haben eine Kaufoption im kommenden Sommer dass wir ihn fest verpflichten können, Däne, ne, Däne Steinemann, damit haben wir eh schon gute, äh, Erfahrungen gemacht Innenverteidiger mit 1,90 gut gewachsen, ne, eventuell äh, wenn er sich durchsetzen kann, wäre das natürlich eine sehr, sehr spannende Personalie die sollten wir auf dem Schirm haben Robin Hack haben wir sowieso auf dem Schirm, ne er taugt zum Sinnbild für einen neuen Weg, Robin Hack ist für mich ein super super Kaderspieler, ne, der kann auf der Zehn spielen der kann auf der Außen spielen, der kann zur Not auch mal die Schiene spielen wie Honorar, also könnte theoretisch die linke Schiene auch mal spielen, was definitiv eine Option ist, sollte Luca Netz mal ausfallen den kannst du vorne reinstellen der ist beidfüßig, ähm super, super flexibel einsetzbar, ne, und ist für mich ein super Transfer bis jetzt, also ich muss das ehrlicherweise sagen, der gefällt mir gut gute Körpersprache, geht komplett mit der Mannschaft mit, ähm, ja, und das ist auch ein Grund warum Hannes Wolf halt überhaupt keinen Kaderplatz mehr bekommt und Robin Hack ähm, macht uns einfach sehr, sehr flexibel auch wenn es oftmals für die erste Elf nicht reicht ähm, noch nicht ähm, vielleicht ändert sich das auch noch, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit, äh, Robin Hack weil der macht uns einfach noch deutlich, deutlich flexibler gegen Mainz kam er rein, hat mir gut gefallen die Körpersprache von dem Jungen gefällt mir extrem gut, und ja, also für eine Million, einen Robin Hack auf der Bank zu haben, ist aus meiner Sicht ein guter Deal vom Rollo, ganz klar auf jeden Fall, Florian Neuers kam heute nicht zum Einsatz, da hat es aber keine Verletzungsgründe da war es einfach eine Belastungssteuerung wird auch, äh, im Derby auf jeden Fall zur Verfügung stehen, ähm, was auch wichtig ist, Florian Neuers ist aktuell wirklich sehr, sehr gut drauf, bei Nico L. W., die sieht es mittlerweile auch gut aus, ist das Lauftraining wieder eingestiegen, da sieht es auch gut ausführen, Einsatz im Derby was natürlich wichtig wäre, dass die Dreierkette bestehen bleibt, und, äh, die sich weiter einspielen können, ähm, wir sind da glaube ich auf einem guten Weg, auch wenn mich einige belächelt haben, ähm, dass wir keine stabile Mannschaft haben, oder keine stabile Defensive, ich sag ich, ich sag, da entsteht was, ähm klar, 16 Tore glaube ich haben wir jetzt deutlich zu viel, aber, ähm ich finde mit Elvedi, Itakura und Wöber hast du eine überdurchschnittliche Innenverteidigung wir haben im Kollektiv einfach noch nicht gut verteidigt, das wird sich glaube ich aber noch ändern, und, äh, ja, vielleicht, äh, spielen wir im Derby dann auch zu Null und holen den Derby-Sieg, also ich finde, äh, gerade in der Innenverteidigung haben wir sehr, sehr gute Spieler, das muss ich noch ein bisschen finden, ich gebe der Mannschaft Zeit, und dann werden wir auch eine stabile Defensive auf den Platz bekommen, da bin ich ziemlich sicher. Julian Weigel, ähm, ja, ist aktuell ausgefallen bei Jordan, der hat eine Erkältung, bei Toni Janschke sind es muskuläre Probleme, und bei Julian Weigel, muss ich jetzt gerade mal rauslesen, eine Bänderzerrung, ähm, hat Julian Weigel, da weiß man auch noch nicht, ob es für das Derby reicht, hoffen wir mal, ähm, wäre schon wichtig, wenn alle Mann, die jetzt nicht langzeit verletzt sind, am Start sind, und, äh, wie aus dem Vollen schöpfen können, ähm, ähm, gegen Köln, und da ist ein Mann für mich ganz klar gesetzt, ähm, das ist Franck Honorar, ich finde, der steigert sich wirklich, du siehst es von Woche zu Woche, auch heute im Testspiel wieder einen sehr guten Eindruck gemacht, wirklich ganz, ganz präzise Flanken, was er gegen Darmstadt Null hinbekommen hat, sehr, sehr gute Standards, sehr, sehr gute Ecken, wirklich on point, und er hat auch Derby-Erfahrung aus Frankreich, und die Stimmung gegen den FC wird gigantisch, da gehe ich auch von aus, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir unser auswärtsfohlen Gesicht wieder zeigen, weiterhin ungeschlagen auswärts sein werden, und den Derby-Sieg holen, ich glaube, qualitativ, ähm, sind wir die deutlich, deutlich bessere Mannschaft, ähm, wir sind auch in einem besseren Trend als der FC, und ich hoffe, das setzt sich dann einfach durch, ähm, Punkte brauchen wir auf jeden Fall aus den nächsten zwei Spielen, sechs wäre natürlich extrem geil im Derby, ähm, und gegen Hallenheim mit vier würde ich mich aber auch zufrieden geben, ganz klar, ich glaube, mit vier bis sechs Punkten, kannst du dich weiter ein Stück nach oben arbeiten, auf Platz elf und zehn, und langsam ernährt sich das Eichhörnchen, und mit der Phrase möchte ich die Folge von heute beenden, wir hören uns auf dem Kanal am Sonntag wieder, auf meinem Zweitkanal, Bushis Borussia Clips, gibt's morgen noch eine Folge, und jetzt macht's gut, ciao. Wir sind Borussia, Raute ist, was hier zählt, das Katschek voller Leidenschaft, für den besten Verein der Welt, Bushis Borussia, Raute ist, was hier zählt, alle Gleichkeiten über, den besten Verein der Welt, woher ist, warst du durch die Gesundheit,